Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einer detaillierten Tutorial-Reihe. In dieser Videoserie dreht sich alles um die FlyJays im Boeing 727. Das ist der schicke Flieger, den ihr hier im Hintergrund seht. Und in diesem Video im Speziellen kümmern wir uns um die richtige Beladung dieses Flugzeugs. Das heißt darum, wie viel Sprit, wie viel Passagiere und wie viel Fracht wir hier hineinladen müssen und worauf dabei geachtet werden sollte, damit am Ende während des Fluges, des Take-offs und der Landung nichts schief gehen kann. In dieser Tutorial-Serie fliegen wir die 727-100, und zwar von Kopenhagen-Kastrup, das ist Echo Kilo Charlie Hotel, nach München, Echo Delta Delta Mike. Die 727-100 ist deswegen wichtig, weil es eben nicht nur die 100, sondern auch die 200 gibt. Die 200 ist aber erheblich länger und mehr Sprit passt da ebenfalls rein. Ich fliege hier aber die 100, weil mich dieses Flugzeug irgendwie mehr freut, es macht einfach mehr Spaß. Wenn ihr die 200 fliegt, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr entsprechende Werte bei Simbrief berechnen lasst. Die Art und Weise, wie ihr die 727-200 hochfahrt, ist aber mit der identisch, wie ihr die 727-100 hochfahrt. Anhand dieses Videos könnt ihr also die 727-100 und die 200 hochfahren. Welche Version ihr fliegt, ist also rein theoretisch gesehen egal. In diesem Video fliege ich aber wie gesagt die 727-100. Wenn ihr dem Video also 1 zu 1 folgen möchtet, bietet sich für euch natürlich an, genau dasselbe zu tun und ebenfalls die 100 zu fliegen. Wie bereits gesagt, wollen wir den Flieger in diesem Tutorial hier beladen. Das bedeutet also, dass wir einen entsprechenden Flugplan brauchen. Ihr müsst euch also zum Beispiel auf Simbrief einen Flugplan von Kopenhagen-Kastrup nach München erstellt haben, und zwar mit der 727-100. Mein Flugplan wurde über das Flugplanungstour Simbrief erstellt. Falls ihr nicht wissen solltet, wie das geht, dann könnt ihr oben rechts auf die Infokarte klicken und kommt zu einem Video, in dem ich das genau erkläre. Wichtig für diesen Flugplan ist, dass er eine komplette Routenberechnung enthält, das heißt Departure, Luftstraßen, Wegpunkte und eine Arrival. Nur wenn das der Fall ist, kann der Sprit korrekt berechnet werden. Der ist wichtig, denn falls wir zu wenig haben, kommen wir nicht an, und falls wir zu viel haben, könnte es passieren, dass unsere Landingspeeds nicht stimmen. Nur wenn eure Route vollständig ist, das heißt von der Runway eures Departure-Airports zur Runway eures Zielflughafens führt, nur dann kann der Sprit korrekt berechnet werden. Und dass das wirklich wichtig ist, brauche ich glaube ich niemandem zu erzählen, oder? Außerdem muss in eurem Flugplan natürlich eine Spritberechnung enthalten sein. Diese Spritberechnung macht Simbrief aber ebenfalls mit, solltet ihr euren Flugplan also über dieses Tool planen, könnt ihr nichts falsch machen. In meinem Fall ist das hier unser Flugplan. Wir fliegen von Kopenhagen nach München, über diese Route hier, und brauchen dafür so viel Sprit. 12.038 Kilo, also knappe 12 Tonnen. Das mag jetzt zwar auf den ersten Blick sehr viel erscheinen, zumal für eine so kurze Strecke, andererseits darf man aber auch nicht vergessen, dass dieses Flugzeug hier sehr alt ist, es wurde in den 60ern gebaut, und dass es drei Triebwerke hat. Und die Tatsache, dass diese Triebwerke eben nicht besonders sparsam sind, und es dann zusätzlich auch noch drei davon gibt, naja, die sorgt halt dafür, dass wir eine ganze Menge mehr Sprit mitnehmen müssen, als wir das von normalen Fliegern gewohnt sind. Ich habe übrigens so rein Interesse halber einfach mal nachgerechnet, wie groß denn so ungefähr die Ersparnis von einer 727 zur 737 ist. Das heißt, ich habe eine 727 genommen, eine 737 dagegen gesetzt, die mit genau demselben Gewicht unter genau denselben Bedingungen, das heißt also direkt nacheinander einen Flug berechnen lassen, und dann einfach mal geschaut, wie die auf demselben Flight Level performen, also wie viel Sprit da letztendlich gespart wird laut Simbrief. Im Endeffekt waren das 68 Kilo, das heißt 34 Kilo pro Engine. Fand ich ein bisschen interessant, weil ich da ehrlich gesagt mehr erwartet hätte. Ohne da jetzt weiter irgendwie ins Detail gehen zu wollen, könnte das natürlich bedeuten, dass ich irgendwo einen gravierenden Fehler gemacht habe. Es könnte aber natürlich ebenfalls heißen, dass die 727 schon damals ein sehr effizientes Flugzeug war. Immerhin darf man nicht vergessen, dass die ihre Triebwerke nicht unter den Tragflächen hatte, sondern am Heck. Das heißt also, die konnte auf Strömungsgünstigkeit optimiert werden. Und demzufolge kann ich mir schon vorstellen, dass das Teil ziemlich gut optimiert war, ist ja auch sehr, sehr schnell geflogen und dass es, für damalige Verhältnisse jedenfalls, pro Triebwerk recht wenig Sprit verbraucht hat. Wenn ich jetzt genau dasselbe Experiment noch einmal wiederhole, statt der 727 aber eine 737-200 einsetze, dann sieht das Ergebnis schon ganz anders aus. Hierbei kommt nämlich heraus, dass die 737, und zwar der Next Generation, im Vergleich zur 737-200 fast 500 Kilo Sprit einspart. Das war das, was ich mir bei der 727 ehrlich gesagt auch gedacht hatte. Ich habe in meinen Berechnungen ganz einfach den Trip Fuel genommen, das heißt also den Sprit, den ich vom Startflughafen zum Zielflughafen brauche, ohne irgendwelche Extras dazu. Den habe ich dann durch die Anzahl der Triebwerke geteilt, bei der 727 durch 3 und bei der 737, egal welches Flugzeug, durch 2, denn die hat ja auch nur 2 Stück davon. Das Ergebnis davon habe ich dann einfach miteinander verrechnet, das heißt ich habe geschaut, was für eine Differenz da herauskam. Und diese Differenz war bei 737-200 vs. 737-700 viel höher als bei 727 vs. 737-800. Wie gesagt handelte es sich bei 727 vs. 737 um knappe 68 Kilo und das ist echt nicht viel für so ein altes Flugzeug. Bei 737-200 vs. 737-700 handelte es sich aber um fast 500 Kilo. Das natürlich, wie gesagt, unter gleichen Voraussetzungen, das heißt also mit gleichem Gewicht, gleicher Route, gleichem Wetter, da direkt nacheinander generiert und natürlich auch demselben Flight Level. Keine Ahnung, ob diese Berechnung jetzt irgendetwas aussagt. Die habe ich eigentlich auch nur deswegen angestellt, weil ich mal interessiert daran war, wie viel Sprit das eigentlich wirklich ist, den diese modernen Flugzeuge im Vergleich zu den alten, ich nenne sie mal Dreckschleudern, weniger verbrauchen. Ich finde, man sieht ziemlich deutlich etwas, von dem ich vorher vielleicht schon geahnt habe, dass es zutreffen könnte, nämlich, dass die 727 eben sehr, sehr gut optimiert war, und zwar für damalige Verhältnisse bereits und dass die 737-200, eben weil sie die Triebwerke nicht am Heck, sondern unter den Tragflächen trägt, nicht so gut optimiert war und deswegen deutlich mehr Sprit verbraucht als die 727 im Vergleich zumindest. Ist vielleicht ganz interessant zu wissen, auch wenn es mit diesem Tutorial hier rein gar nichts zu tun hat, aber hey, sowas muss eben auch manchmal sein. Um den Flieger jetzt beladen zu können, brauchen wir wieder einmal das Menü auf der linken Bildschirmseite. In diesem Fall allerdings das zweite von oben, nämlich das mit dem Flugzeugsymbol. Anders als beispielsweise bei der FlyJSM 737-200, müssen wir hier keine Türen öffnen, um irgendwas hinein- oder hinausladen zu können, sondern können das einfach so tun. Wir können beispielsweise die Passagiere rein- oder rausladen, indem wir in die dafür vorgesehenen Felder klicken, beispielsweise so, oder so, oder so. Ihr seht schon, da passiert was. Als allererstes würde ich aber den Treibstoff ins Flugzeug laden. Das hat nämlich den Vorteil, dass man dann genau sieht, welchen Center of Gravity das Flugzeug mit hineingeladenem Kraftstoff hat. Der Center of Gravity ist deswegen relevant, weil wir ihn gleich noch kalibrieren müssen. Warum das so ist und wie es funktioniert, erkläre ich gleich. Den Gesamtsprit, der sich derzeit im Flugzeug befindet, können wir hier erkennen. 11.340 Kilo sind es, das sind also 47% des nutzbaren Tankvolumens. Wir brauchen allerdings 12.038 und deswegen klicken wir hier rechts auf das zusammengefasste Plus, um die Spritmenge zu erhöhen. Was mich an der FlyJSIM 727 ein ganz kleines bisschen nervt ist, dass wir die Spritmenge hier nicht ganz genau einstellen können. 12.038 Kilo sind also nicht wirklich möglich. Wenn wir beispielsweise auf das zusammengefasste Plus klicken, dann wären das als nächstes 12.250 Kilo, also 220 Kilo mehr. Und selbst wenn wir jetzt nur einen Tank nehmen, nämlich zum Beispiel den Center Tank, haben wir danach 12.070 Kilo, also 40 Kilo mehr. Auch bei einem der Wingtanks beispielsweise ist das Ganze genauso. 12.038 Kilo können wir hier also nicht einstellen. Falls euch das nicht sicher genug ist, nur 12.030 Kilo mitzunehmen, könnt ihr natürlich einmal auf das Plus in der Mitte klicken und habt dann 12.070 Kilo im Tank. Ich kann euch aber versichern, dass 12.030 Kilo ebenfalls locker reichen. Simbrief rechnet in den Flugplan immer eine ziemlich riesige Reserve mit rein und demzufolge sind 12.030 Kilo mehr als genug, um nach München zu kommen. Wenn der Sprit im Flieger ist, dann müssen wir auf den Center of Gravity schauen. Den sehen wir hier unten und er sollte sich für den Flug ungefähr im Bereich um die 20 befinden. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz von draußen. Wenn wir das Flugzeug von draußen anschauen, nämlich zum Beispiel so, dann können wir ziemlich gut nachverfolgen, wo der Center of Gravity ungefähr liegt. Die Anzeige hier unten zeigt uns nämlich an, ob er sich beispielsweise im vorderen Teil oder im hinteren Teil des Flugzeugs befindet. Daran können wir erkennen, ob wir hecklastig, ausgeglichen oder nasenlastig sind. Hecklastig sollten wir auf keinen Fall sein. Das kann im Cruise unter anderem dazu führen, dass der Autopilot die Situation nicht versteht bzw. nicht damit klarkommt und, nennen wir es mal, sehr interessante Wankbewegungen vollführt. Mittellastig oder ein ganz kleines bisschen nasenlastig ist aus meiner Sicht und vor allen Dingen aus meiner Erfahrung die deutlich bessere Möglichkeit, das Flugzeug und den Autopiloten im Cruise nicht zu überfordern. Und genau deswegen habe ich eben erzählt, dass unser Center of Gravity, nämlich der blaue Balken, sich ungefähr um die 20 aufhalten sollte, also hier. Bezogen auf das Flugzeug wäre das ungefähr auf Höhe dieser vorderen Frachttür und damit ist sichergestellt, dass unser Autopilot die Situation jederzeit handeln kann. Da der Sprit aber nun schon im Flugzeug ist und wir den Center of Gravity damit nicht mehr verändern können, müssen wir das über die Passagiere und die Fracht tun. Wir klicken dazu einfach in die entsprechenden Kompartimente, so wie ich das gerade eben schon mal gemacht habe und können damit Passagiere oder Fracht ins Flugzeug laden. So zum Beispiel, indem wir hier oder hier in die erste Klasse Passagiere hineintun, dann vielleicht hier noch ein paar Passagiere rein und ihr seht schon, wie sich der Center of Gravity immer weiter nach vorne bewegt. Vielleicht laden wir dann vorne auch noch mal ein bisschen Fracht rein und haben den Center of Gravity damit ungefähr bei 20. Natürlich könnte man ihn auch ein bisschen weiter nach hinten wandern lassen, so zum Beispiel hinter die 25, das heißt über 25, würde ich ihn aber nicht kommen lassen. Den Center of Gravity lasse ich in diesem Fall einfach mal so stehen, der ist völlig in Ordnung und da das Flugzeug damit beladen ist, Sprit, Fracht und Passagiere sind drin und der CG stimmt, können wir dieses Menü hier schließen. Und damit war es das auch schon wieder für dieses Video hier reichlich kurz, aber dennoch nicht unwichtig. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Falls euch das gefällt, was ich hier tue, wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse, noch viel besser wäre aber beides. Und bitte vergesst nicht, dass ihr diejenigen seid, diesen Kanal hier überhaupt erst am Laufen halten. Solltet ihr also weiterhin einen hochqualitativen X-Plane oder anderen Videos zu Simulatoren interessiert sein, dann wäre eine Spende auf Type-E-Stream oder Patreon vielleicht genau das Richtige von euch, denn damit ermöglicht ihr es mir weiterhin hochqualitativen Content zu erstellen. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal im Voraus. Sollte euch aber nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare, was genau euch nicht gefallen hat, denn nur mit eurer Hilfe kann ich es das nächste Mal besser machen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Koch Koch